Nach heftigen Kämpfen begannen die US-Marines mit ihrem Vorstoß in die Stadt, in der sich Alaska zum letzten Gefecht rüstet. Die Kämpfe in der Hauptstadt werden verbitterter. Flugabwehrgeschosse und brennende Gebäude erhellen die Nacht. Baut bestätigt. Wiederhole Plan Quadrat 52761-9er. Over. Bravo-6, verstanden. Over. Bravo-6, da ist ein Airbrimps direkt voraus im Wasser. Rufzeichen Warpik. Lieutenant Vasquez, Ihre Einheit geht vor. Over. Verstanden. Bravo ist unterwegs. Warpik soll sich bereit halten. Sind unterwegs. Ende. Der Panzer steckt einen halben Kilometer südlich von hier fest. Los jetzt. Bewegung! Bewegung! Gesichert! Jetzt! Wart! Das Gebäude soll unser Sperrfeuer nehmen. Wir müssen vorwärts. Weißliche Infanterie. Auf mit dem zweiten Stock. Weiter vorwärts. Wir müssen vorwärts. Wir müssen vorwärts. Schuss geben. Na los, Jackson. Bewego! Jetzt auf Nachtsrichterunzeichen. Zeit start! Jetzt auf keiner. Fertig. Sogel. Okay. 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 Die Treppe hoch. Wir sichern den Eingang. Los! Vorsicht beim Feuern! Wir sind im ersten Stock! Verstanden. Verlagern das Feuer. Ausfall! Flitter! Attacke Ihre linke Flanke mit Ihrem Maschinengewehr...! Jackson, benutze Ihr Maschinengewehr! Achtung! Weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort dorthin! Verstanden! Wir arbeiten dran! Over! Verstanden! 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 Offener Fläche, im Südwesten! Sir, die gibt's dann, weil sie da draußen! Klappe halten, und sagen wir sie weiter fest! Verstanden! Freier Feuer! Kontakt an der Überführung! Die Aufklärung hat feindliche Panzer in diese Richtung absehen. Private West, Raub auf Starcoons, diese Devlin gegen sie ansetzen! Private West, unter Wiff! West, unter Wiff! Jackson, den Panzer mit dieser Devlin ausschalten! Jackson, den Panzer da mit dieser Devlin ausschalten! Jackson, die Devlin aufheben! Sofort! Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke! West, Beheilung! Jackson, die Devlin erstruft doch und die Kräuter ausschalten! Vorsicht, Ragebenwärme! Sie zerstört! Zehner, freie Fläche, im Südwesten! Ausgemacht! Ziele auf freier Fläche, im Nordwesten! Ziele auf freier Fläche, im Nordwesten! Verhalten! Der Panzer ist auf der anderen Seite der Überführung! Los jetzt, zurück zum Truppen! Los jetzt, gehen wir auf den Statt im Osten und mehr Pflanzenangriffe im Süden. Sie können von euch halten. Robo 60 hochlegen. Das ist auch ein bisschen zu sehen, aber wir haben noch ein neues Gewehr. Sie kommen mit Sprengsätzen rein. Lasst sie nicht zu nah an den Panzer. Sprengsätzen rein. Sprengsätzen rein. Sprengsätzen rein. Hm, negativ, Bravo-6. Südlich von ihrer Position befindet sich eine feindliche ZPU. Bevor Sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken. Jackson, finde diese ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen. Lopez, Inks, gib dem Deckung. Alles klar, dann los. Sicher den westlichen Zugang. Bewegung! Weiter, Feuer! Weiter, Feuer! Granate! Jackson, platiere das C-4 in der Kanone. Bewegung! Gute Arbeit! Jetzt noch Sicherheitsabstand! Einer weniger hoch! Ich bin der Fall! Jackson, ich bin der Fall! Jackson, Luftunterstützung unterwegs, aber ich brauche die genaue Position. Platziere ein ER-Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over. Und das stimmt! Tausend! 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 Platziere! Oh! Ke常 hilfhandri Cela! Der Koch passt! Niemals overheim! 5-2 boot! Ah! Hollw! Chir! Wir haben das Gebäude abgeschottet. Wir brauchen hier Luftunterstützung. Schlecht, letzter Weg verruht ihn alle aus. Okay, Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von uns aufbereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Viel Glück, Jungs. Over. Kommando, Landezone gesichert. Bringt die Techniker rein, damit wir den Panzer wegfliegen. Verstanden. Sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit. Over. Der Panzerleuch formieren! Los! Wir hören. Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungspositionen um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Hurra! Wir haben, Nikolai. Wir bringen ihn in ein Versteck nach Hamburg. Ankunft 0700. Ende. Was zum Teufel nochmal ist das? Rakete-Landflug! Wir bringen r header in einmal 64! Wir gehen runter! Wir gehen runter in 2 clouds해주 strategic von Nicovio. Roadway